Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Filipe's Infinity War of Scarblog Expert Mode. Und was soll ich sagen, ich bin gerade mit einem sehr mulmigen Gefühl auf den Server gegangen, weil ich mir nicht sicher war, ob es gut gehen wird, aber nichts hat geleckt, alles hat funktioniert. Und wir haben einen Resonant Portable Tank gefüllt mit 512 XP Fluid, was ziemlich gut ist und das werden wir heute tatsächlich benötigen. Kann man erstmal wieder asynchron, irgendwann wird sich das Problem von selber lösen. Außerdem haben wir, also ein Bucket ist ja eh schon voll, das zweite ist schon bald ein Viertel voll, ein Fünftel voll und das andere ist auch bald ein Fünftel voll. Also ihr seht, wie abnormal viel XP wir eigentlich wirklich hier produzieren. Und hier drin sind auch schon wieder weitere Level. Und mir wurde aber gesagt, es stand in den Kommentaren, ich habe das nicht überprüft, dass hier 32.000 Level reinpassen. Sollte also für unsere Zwecke, glaube ich, vorerst reichen, wenn man bedenkt, dass Level ja exponentiell steigend sind von der Anzahl an XP-Orbs, die sie benötigen. Denn ich möchte echt nicht nochmal sowas erleben, Alter. Also die Lacks, die waren furchtbar. Gut, das bedeutet, wir können heute aber weitermachen, denn das Kernteil oder der Grund, warum ich mich darauf versteift habe, dass das das letzte Mal funktioniert, ist das hier. Dieses Ding hier, das benötigen wir schlichtweg. Denn das Teil ist unsere Grundlage für das, was wir heute machen. Denn wir wollen heute Magical Wood herstellen, um diese Diamond Spikes herzustellen. Weil vor den Diamond Spikes werde ich keine Monster-Farm bauen. Denn ich baue tatsächlich keine Farm und fange dann an. Nee, das mache ich gar nicht erst. Die wird ja überdacht sein, weil sie hier drunter ist. Und viele Leute haben gesagt, hä, du musst doch aufpassen wegen natürlicher Farm. Aber ich denke, da ist ein großes Missverständnis noch im Gange. Es geht mir nicht darum, so eine Farm, wie ich sie da unten habe, neu zu bauen. Sondern ich möchte nur über Autospawner spawnen. Das würde ich ja die ganzen XP gar nicht sammeln. Also da sollen auf natürliche Art und Weise, ich werde das komplett ausleuchten, da sollen keine Monster spawnen, außer die, die ich selbst dort spawne. Und die sollen natürlich auch nicht sterben durch Tagessicht und so weiter. Und deswegen müsste ich sie überdacken, decken, decken und so weiter. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu, ach, die Maschine hier habe ich, glaube ich, gesucht. Und zu unserem Fluid-Transposer. Fluid-Transposer, genau, den brauchen wir. Weil der kriegt jetzt gleich ein bisschen XP-Input, den ich ihm natürlich erst reinhämmern muss. Das bedeutet, wir brauchen irgendwie etwas, etwas, was Fluid transportieren kann. Ja, zum Beispiel so eine Fluid-Node, genau. Das heißt, die kommt hier unten ran und sollte sich instant verbinden. Und der bekommt jetzt hier Liquid XP und der bekommt Bücherregalskis. Und sobald ich 8000 jetzt hier drin habe, dann macht er aus einem Bücherregalski macht er dann ein Magical Wood. Achtung, wir erwarten es. Und zack. Und da hat er das erste Bookshelf reingepackt, packt jetzt 8000 Liquid XP hier rein. Und da kommt jetzt gleich unser allererstes Magical Wood hier raus, das jetzt in diesem Moment ins E-System transportiert wurde. Sehr schön. Übrigens, an die Modpack-Bauer und alle, die es werden wollen unter euch, vielleicht der kleine Tipp. Diese Grenze, also wie viele Mehlbuckets oder auch wie viel Strom andere Maschinen in etwas hineingeben können und so weiter, die sind oft von der Stufe, also ob das hier, das ist ja Basic, und dann gibt es ja Resonant und so weiter, abhängig. Das heißt, damit kann man auch nerven, so wie ich es zum Beispiel in Sky gemacht habe. Und ich hatte gerade kurz Angst, dass die 8000 höher sind als das Limit, weil dann könnte es tatsächlich mit dem Basic-Tier-Fluidensposer nicht hergestellt werden und müsste abgegrillt werden und so weiter. Also vielleicht kleiner Tipp an der Stelle. Und das Ding lasse ich einfach weiterlaufen, auch wenn es eigentlich schon reicht. Es ist eigentlich total egal. Okay, gut. Dann ist unsere nächste Aufgabe, ja, gute Frage. Was ist unsere nächste Aufgabe? Eigentlich die Plattform unten zu bauen. Und dafür brauchen wir erstmal den Spawner, wieso gebe ich hier Spawner ein? Ich muss hier oben Spawner eingeben, den Autospawner. Aktuell werde ich nur einen nutzen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ich in Zukunft irgendwann mal neun Stück parallel nutze. Das weiß ich allerdings auch nicht. Ich kann es mir nur vorstellen, okay. Das Ding braucht natürlich Strom, logischerweise. Kein Problem, kann es haben. Und es braucht natürlich auch die Essenz, die wir gerade an anderen Stellen produzieren. Ich nehme an, dass ich es mir erstmal leicht mache, weil ich glaube, nee, ich baue glaube ich einen eigenen Kreislauf. Ich habe gerade ein bisschen nachgedacht. Ich könnte nämlich einfach quasi die Maschine, aber ich traue es mich nicht. Ich baue einen eigenen Kreislauf. Das bedeutet, ich brauche noch eine, eigentlich brauche ich noch drei weitere Transfernaut. Ich brauche das Ding hier, ich brauche das Ding, ich brauche vor allem eins, ganz viel Stein. Alles klar, dann lasst uns mal schnell gucken, ob wir diese Plattform aufgebaut bekommen. Skate 7-2 deutscht mal wieder hervorragend. Wir sind gerade auf Level, ich sehe es nicht, 201. Das heißt, ich möchte die Mobs vielleicht auf 204 teleportieren. Das heißt, wir können die Plattform auf 204-16. Habe ich jetzt gerade irgendwie einen Denkfehler? Nee, wir gehen einfach auf 85? Äh, 95? Also ich möchte eigentlich nur ein paar Layer drunter. Also ich möchte nicht die vollen 16 ausloten. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ha. Also erstmal müssen wir uns hier durchgraben, damit ich weiß, wo das Zentrum ist. Achso, da ist ja ein Tank. Hm. YOLO. Habe ihn bekommen. Boah, das sieht schon sehr geil aus. Jetzt muss ich hier irgendwie ein paar Layer drunter. Ich habe ja gerade ausgerechnet, wo meine Grenze ist. Ha. Also das würde hier locker noch reichen. Reicht das schon? Also ich möchte halt, dass keinesfalls ein Monster oben spawnen dürfen. Ha. Spawn die jetzt noch oben? Ich denke nicht. Aber wir gehen nochmal ein paar Blöcke runter. Yeh. 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 Ich könnte auch den Hover-Mode nutzen. Aber Hover-Mode ist für Anfänger. Yeh. 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 Okay, ich nutze den Hover-Mode. Okay. Das sollte eigentlich von der Höhe her reichen, wo ich jetzt gerade bin. Gucken wir mal schnell den Höhe-Dinger an. Das ist bei 89. Das heißt 89 plus 16 ist gerade die 5, wo ich hin möchte. Sollte also passen. Und ist definitiv weit genug entfernt, dass hier nichts gräuschen und fläuschen sollte, meine Damen und Herren. Die Idee ist, dass wir hier eine Plattform haben. Und da, wo ich jetzt gerade die Sachen hinbaue, hier kommen die Teleporter hin. Wobei ich hier erstmal versuchen möchte, nur den untersten, den mittleren zu nutzen. Und ich werde es tatsächlich auch gleich mal ausprobieren, ob es funktioniert, sich da so easy nach oben porten zu lassen. Äh. Uh. Habe ich eventuell verkackt? Ja, hier ist die Mitte. Och komm Skate, Alter. Also manchmal bin ich auch der Meinung, ich könnte schon ein bisschen mehr Leistung bringen. Okay, nee. Also hier ist die Mitte von dem Teil, ja. Hover-Mode aus, er nervt. Ja, sehr gut. Hover-Mode und ich sind nicht die besten Freunde. Gut, jetzt kann ich nämlich den Tank wieder reinsetzen. Und dann kann ich auch gleich schon mal die andere Geschichte hier nutzen. Und zwar haben wir ja hier drüben, also neben der Geschichte, dass wir mittlerweile Magical Wood 15 schon haben. Ey. Das heißt, wir können schon eigentlich demnächst anfangen, oh, es fängt an zu regnen. Ich liebe es, wenn es nachts anfängt zu regnen, weil du dann im Regen so richtig ein Schnippchen schlagen kannst. Immer in die Fresse treten. Okay, ich formuliere das nicht weiter aus. Auf jeden Fall kannst du den, äh, werbefreundlich bleiben, meine Damen und Herren. Gut, wir brauchen als nächstes, brauchen wir Tran... Diese hier brauchen wir, Translocation Pane. Außerdem brauchen wir einen Multimeter und einen, äh, Crescent Hammer, heißt das so? Wir werden es herausfinden, wie das Item heißt. Weil das die beiden sind, die man benötigt, um, äh, das zu konfigurieren. Und wer sich das ausgedacht hat, weiß ich auch nicht. Aber er ist eine böse Person. Wir brauchen, äh, Gear. Elektrum Gear, genau das. So, äh, währenddessen kann ich mich schon mal um den Hammer kümmern. Also es ist der hier, Crescent Hammer. Genau, im Gegensatz zur Battle Ranch. So, Crescent Hammer haben wir. Sind wir auch, bin ich auch ziemlich sicher, dass ich schon mal einen gemacht habe. Genau, aber Multimeter habe ich mir noch nie einen gemacht, oder? Nee, habe ich ihn nicht. Wäre jetzt echt traurig gewesen. Okay, und hier ist der Multimeter. Gut, damit haben wir alles da, was wir dafür benötigen. Ähm, und ich finde es echt krass, dass es nicht genervt wurde, weil eigentlich ist es zu simpel. Also, da war, da war jemand nett. Also hier ist der, der Mittellayer. Das haben wir gerade eben schon herausgefunden. Das bedeutet, hier setzen wir das Ding hier drauf. So, jetzt ist, äh, sind zwei Dinge wichtig. Du kannst jetzt mit dem Ding hier rechts klicken, dann ändert er die Richtung. Wir wollen Plus für Hoch. Und jetzt klicke ich hier drauf. Shift-Rest-Klick. Und jetzt kann ich die Höhe einstellen. Und hier möchte ich die vollen 16. Jetzt kann ich noch sagen, dass er immer an sein soll. Und hier ist noch so eine kleine Einstellung, wenn ich jetzt drauflaufe. Oh ja, guck mal. Das war doch gar nicht so schlecht, wie er mich hochgeportet hat. Ich frage mich nur, also, ich muss es halt schaffen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Monster glitschen, minimiert ist. Ähm, das testen wir nochmal. Oh, es ist zu viel. 14 wäre wahrscheinlich sogar besser. Also, hier können wir wieder zumachen. Ähm, testen wir mal die Höhe 14. Hätten wir die Plattform noch tiefer bauen können, siehste mal. Also, ist egal. Müsste trotzdem reichen, aber... 14? Oh ja, 14 ist gut. Vielleicht 15? Wir testen einmal 15. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 14 meine Wunschhöhe ist. Ne, 14 ist besser. Bei 14 kann ich ziemlich sicher sein, dass sie hier drin bleiben, dass sie ein bisschen rumglitschen vielleicht, aber dass sie ansonsten, ähm, ja, einfach gut bleiben. Okay, also 14 ist meine Wunschhöhe. Und jetzt brauche ich einfach noch ganz viele Bells hier in der direkten Umgebung, die hierher führen. Und dafür brauchen wir natürlich zuallererst den Hover-Mode und unseren guten alten Freund, den Ranch. Denn mit dem mache ich jetzt die Plattform ein bisschen größer. Ich weiß nicht genau, was das Spawning-Verhalten vom Autospauner ist, aber ich wette einfach mal, dass es mehr ist als nur so ein paar Blöcke. Deswegen Top 6 Blöcke. Da habe ich mich gerade gut verarscht. Da wollte ich mich in die Mitte stellen, um auszurechnen, wo ich noch hin muss. Ja, gut gelaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich denke, das sollte reichen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Also hier noch einer. 1, 2, 3, 4, 5. Hier müssen wir noch. Und 1, 2, 3, 4, 5. Hier müssen wir auch noch mal. Aber wir brauchen davor erst neun Stein. Wieso fliege ich woanders hin? Ich kann einfach hier Skystone eingeben. Und Gott sei Dank kann man noch was davon. Ach, komm. Lass uns mal nicht geizen damit. 6 und 7. Damit es auf jeden Fall reicht. So. Und auch hier. So. Und hier auch 2. Ich weiß ja nicht, was ich am Schluss noch hier drauf bauen möchte. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sogar. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach komm, YOLO. Auch 8 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 8 hier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und auch 8 hier. So. Das ist jetzt die finale Fläche. Jetzt muss ich noch kurz ein bisschen die Ecken schön machen. Und ja. Das ist quasi die Fläche, wo später noch Conveyor Bars drauf müssen. Ich liebe mein Leben. Also das wird spaßig. So. Hier kommen natürlich Wände hin. Ich baue das jetzt hier aus Skystone. Aber eigentlich ist es wirklich total legal. Drei hohe Wände. Die einfach nur dafür da sind, dass die Monster nicht rauslaufen. Es ist... Also man wird von oben hier rein sehen können, wenn man zum Beispiel hier irgendwo durchfliegt. Oder so sieht man die dann auch. Ich könnte wieder Panzerglas an einer Stelle verwenden. Aber ich mache es wahrscheinlich einfach nicht. Und nach oben brauchen wir ja nichts. Weil es muss erstens nicht dunkel sein. Und ich... Wie oft falle ich da noch drauf rein? Digga. Das ist ja... Das ist ja mega, Alter. Okay. Lasst uns versuchen, das Ding schnell fertig zu bauen. Und deswegen reicht auch drei hoch. Hier werden ja auch nicht jetzt wahnsinnig viele Monster spawnen. Oder sonst was. Also... Es ist halt geil, dass ich das so bauen kann. Weil die Alternative wäre halt gewesen, dass ich irgendwie die Mobs von oben fallen lassen. Und das hätte wieder hässlich ausgesehen. Und so eine schwebende Plattform unter der Plattform hat meiner Meinung nach extrem viel Stil. Und deswegen bin ich froh, dass ich diese Lösung hier gefunden habe. Das geht jetzt nicht mal mit dem Tue. Lyrischer Meister. Ach, keine Ahnung. Penis. Gut. Dann lasst uns dieses Ding hier schnell fertig bauen. Ist jetzt... Ist ja nicht mehr allzu viel Arbeit. Und der Stein reicht auch. Ich weiß noch, wie ich irgendwann mal ganz, ganz viel Skystone hergestellt habe. Siehst du mal. Nichts ist umsonst. Nichts ist umsonst. Höher müssen wir es nicht machen. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie 4 hoch oder so. Aber es reicht. Ist ja ja schon wieder drauf gelaufen. Es reicht schlichtweg. Okay. Nächster Schritt ist, dass wir Torches benötigen. Ey. Ich habe ganz tolle Kommentare bekommen, was ich denn alles eigentlich ins Autocrafting reinlegen sollte. Aber Torches sind schon drin. Es ist Obst im Haus. Ob du willst und nicht. So, 3 und 3. Und 3 und 3. Als ob das am Schluss sogar noch gut aussieht hier unten. Ich meine, Fackeln zu verwenden in meinem Fortschritt der Technologie ist schon ein bisschen peinlich auch. Aber ist in Ordnung. Hat keiner gesehen. Okay. Jetzt fehlt eigentlich nur noch irgendwie der Spawner-Boy. Den setzen wir hier hin. So. Das war die falsche Taste. Weg damit. Und natürlich muss da auch noch irgendwie... Also hier können wir Beleuchtung dran setzen an zwei Seiten. Sag mir das nicht, dass ich in alle Seiten Beleuchtung bräuchte. Nee, das ist ein allgemeines Problem. Okay. Also ich habe hier unten irgendwie ein bisschen zu wenig Licht. Das ist schlecht. Weil logischerweise soll natürlich... Weißt du, wie wir es machen? So und so. Wir machen es mal wieder billig. Wie immer bei mir. Alles ist immer extrem billig. Wenn ich nämlich hier eine Fackel hinsetze und hier eine Fackel hinsetze und hier eine Fackel hinsetze und hier eine Fackel hinsetze, dann war es das. So. Und das bedeutet, die sind einfach noch so ein paar Blöcke. Natürlich können Möps hier auch drauf spawnen. Möps, Mops. Das heißt, die muss natürlich auch ausgeleuchtet sein. Bla, bla. Sowieso. Sehr gut. Das funktioniert schon mal. Jetzt muss der Typ hier natürlich noch Energy und noch andere Dinge bekommen. Das bedeutet, er bekommt jetzt erstmal diese Fluid Pipes von oben. Mir fällt gerade was ein. Leute. Also man kann ja schön bauen und man kann auch hässlich bauen. Aber man sollte in jedem Fall dafür sorgen, dass es aussieht, als würde eine Plattform immerhin irgendwo dranhängen. Und ich weiß, es sieht sehr gut aus, wenn so eine Plattform an Erde hängt. Aber es sieht immerhin besser aus, als würde sie nicht an Erde hängen. Und deswegen bauen wir das genau so. Fun Fact an der Stelle, sie wird natürlich jetzt überall an Erde hängen, weil diese Plattform perfekt symmetrisch ist. Wer hätte es gedacht, dass ich irgendwann mal in meinem Leben noch anfange, schön zu bauen. Sieht einfach jetzt authentischer aus, wenn sie so hängt. Plus ich habe das Beleuchtungsproblem weg, dass diese Ecken hier nicht beleuchtet waren. Skate Summer 2, Querdenker und Jodolist. Sehr schön. Besser. Das sieht sogar von hier oben eigentlich voll smart aus, diese Plattform. Sehr geil. Gut. Server save the world. Danke für diese tolle Nachricht. Es tut mir eigentlich ein bisschen weh, jetzt hier die Folge zu beenden, aber eigentlich kann ich jetzt die Folge hier beenden. Weil erstens haben wir eine schöne Folgenlänge mit echt was Schönem geschafft. Und zweitens würde als nächstes jetzt einfach schlichtweg die Verkabelung kommen. Die müsste sich jetzt einfach da hinten dran orientieren. Da müssten irgendwie Kabel runterlaufen. Parallel dazu müsste von dort noch ein Kabel runterlaufen. Wäre natürlich irgendwie cool, wenn es halbwegs symmetrisch aussehen würde. Da wird uns schon was einfallen. Und ja, diese Verkabelung zusammen mit der Inbetriebsnahme werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin sage ich, Dankeschön fürs Zusehen. Und die Geräusche muss ich selber machen, weil aktuell, ich habe sie ja rausgeschmissen, habe ich ja vor kurzem erklärt. Bis morgen. Ich nehme jetzt einfach noch eine Folge auf. Die lache ich dann erst morgen hoch. Eins Schnitzel bin ich. Ciao.